Hey ihr Lieben und Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platinum Log Challenge! Ja, ich muss das immer so betonen. Ähm, im letzten Part haben wir ein weiteres Filmkick gefangen, und zwar Kira, unser Knospi, das ich auch auf Level 8 trainiert habe. Und falls ihr jetzt fragt, wo Vanessa und Superstar sind, ähm, Vanessa ist auf der Box. Die hab ich halt so, äh, hab ich da draufgelegt, damit wir einfach zu Puppen haben, wenn unser Team wirklich mal besiegt werden soll, sollte, was ich nicht hoffe. Und ja, und Superstar ist mir verloren gegangen beim Training, das ist so, so schade. Ja, nicht viel ist jetzt mit dem nicht vor, weil wir jetzt eh nur diesen dumm Pocketsch kriegen, und das finde ich so was von nervig mit diesem dumm Pocketsch. Aber das finde ich auch nicht vor, da müsst ihr einfach immer Ja drücken und nennen. Ja. Dum 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 dum! Coupon eins! So. Nium. So. Dann hier. Ja, ist richtig. Und zwar hier ist, ist Coupon 3. Warum hat man jetzt etwas so gemacht, dass hier der dritte ist und hier hinten dann der vierte, äh, der zweite. Das hat mich damit total verwirrt. Oh, das war's. Ja, wir haben die Coupons bekommen. Ja. Und ich red den nochmal an, weil ich so, weil ich so dumm dafür bin. Ja, ich hab eine Coupon von Gummibärchen. Nium. Ja, wir haben jetzt den Pocketsch. Das kann ich mir hier zeigen. Mhm. So, haben wir jetzt hier den Pocketsch. Und da ist halt, oh ne. So, jetzt labert der halt wieder. Ja, jetzt kann ich das mal zeigen. Also, im Pocketsch gibt halt so ein paar, ähm, Zubehörer, die, also wir haben jetzt ein paar und manche müssen wir uns noch holen. Und halt, äh, wir haben jetzt halt hier die Uhr, dann haben wir hier unser Team, einen Schutzzähler, einen Taschenrechner und das war's. Und wir können uns dann halt, äh, wenn wir mit verschiedenen Leuten reden, immer so ein bisschen was freischalten und alles. Und ja, jetzt ist mein, der ist wieder schief, das ist natürlich super. Ach, egal, jetzt läuft das so. Gut. Dann muss ich nur gucken. Blue One kommt mal nach vorne. Ding, ding. Route 103. Äh. So, 103, ja, die hab ich auch aufgeschrieben. Und ja. Niko will's kämpfen. Und das ist ein starker Lili einen. Äh. Äh. Ich, ich werde euch sagen, ich hab so, ich werde so Probleme in diesem Kampf haben. Einfach... Einfach... generell. Öh. Duta D deer du tee du do dee dooo. Luba. auch sein Geld sehen Prozent okay es macht die Kapitel das macht die Kapitel 4 KT um und und jetzt macht natürlich ein Volltreffer aber 6 Level JA! Wieviel andere Punkte gibt uns das Eintritt zu nehmen weil jetzt ich werde mit Blue One kämpfen weil er kann ich glaube er ist nicht er kann schon Absorber aber er wird es nicht einsetzen das weiß ich und nein guck ich weiß wie viel Schaden das macht aber mit Kira wollen wir noch weniger Schaden machen also deswegen ne warte jetzt warte jetzt andere Taktik ich mach jetzt einfach immer Heuler üben mehr Heuler bis sein Angriff im Keller ist und da ich Ertränke gekauft habe werde ich mich dann wieder heilen und dann werde ich mal gucken wenn er nicht seine Verteidigung steigert werde ich mit Vorhand angreifen wenn er seine Verteidigung steigert beziehungsweise unendliche werde ich mit Blubber angreifen doch wenn das jetzt ein bisschen lang dauern wird egal mach ich halt einen längeren Part habe ich ja bei PND auch gemacht gestern weil ja und jetzt machen wir natürlich Panzerschuld ich war ja klar blind war ja okay es geht nicht mehr ja dann kommt jetzt ein Trank dann kommt und geht weiter mit Blubber ich will kein Ball werfen ich bin ich und tragen ja jetzt denn also Schelhoff das jetzt eigentlich nur noch ein Kappel abziehen auf Auferweiten mit dem Kripp Loppa wie viel sieht das ab ja wenigstens ein bisschen mehr als Funde das muss man sich mal sagen ach Leute ich hätte doch ähm wann er verprämieren sollen weil ich hätte Pantlam nehmen sollen wenn ich wenigstens was mit Kira machen können ja 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 das ist so gemein das ist so gemein mach doch bitte ein Kripp Blubber bitte ich sag euch ich werde auf jeden Fall heute noch ein Pokémon fangen hat eine Stunde lang geht wie ob der eine Stunde lang geht ähm ich werde auf jeden Fall ein Pokémon erfangen und zwei Trainer besiegen das ist mein Ziel für heute noch wir sind schon bei 10 Minuten wir haben doch nicht bei diesem Bett in diesem Pokémon-Tapel-Sie Blubber Blubber wir wollen aber wir haben mit höchstens vier Blubber geschafft vier oder fünf ich sehe es ein einer jetzt kommt der zweite na vielleicht auch schon mal drei jetzt kommt der dritte und bitte 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 ne okay mit vier mit vier mit vier mit vier ja mit vier ich hoffe dass wir irgendwann mal Pokémon dann bekommen die dann auch was Geni-Chillers machen können wo kommt eigentlich der nächste Kampf gegen Nico so ich bin mal kurz in meinen Kopf durch m der ist 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 das ich weiß jetzt nicht mehr wo der nächste Kampf ist schreibt mir das meine Kommentare weil ich bin wirklich zu blöd dafür um das zu merken um mir das zu merken bin ich wirklich zu blöd dafür oh cool wenn ich jetzt 15 Minuten machen würde dann würden wir nur noch 6 Minuten haben da wer macht ihn nicht so gut gut auf jeden Fall kommt Kira nach vorne mit dir die auch ein bisschen trainieren können dann 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 so zwei Punkt mal nachgucken wenn dann kein Kumpel nicht gefangen haben wenn wir schon ähm was wir noch nicht gefangen haben dann ja ja du hast was soll denn die schneiden ne ne die bezieht auf 3 3 3 alle guten Dinge sind 3 also das muss ich wohl karten hin komm ein ach komm dann auch einfach durch die Rute wir die 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 weiten es einfach eine Schande für diese Pokémon werden um Kürzel die Kürzel zu wach Wach und jetzt hat der Kira wieder aufwechsehen Mann Kira, lern noch mal bitte, bitte, bitte ordentlich attacken mein Gott, schlimm ist dir Geduld, ja wie viel so, weil ich will jetzt Spider, los es war doch keine gute Idee anzugreifen und bong zweites tut das Pokémon egal also also ich kann jetzt sagen, ich werde höchstens bis zum zweiten Arena-Latter kommen dann werde ich ja bestimmt die Challenge verlieren also den ersten Arena-Latter werde ich schaffen, weil ich habe ein Pokémon, ein Wasser-Pokémon, ein Pflanz-Pokémon dann kriege ich vielleicht noch ein Kampf-Pokémon ja also vielleicht kriege ich noch ein Kampf-Pokémon vielleicht noch ein zweites-Wasser-Pokémon, der weiß ähm ähm und, Level 11, jawoll 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 und, Nassmacher jetzt haben wir zwei Pokémon, die Nassmacher können wie gut ist das denn? supergut super hohoho du 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 Glück mache ich ja keine Redlog wie Hauni da der Redlog würde ich mir wirklich nicht zutrauen außer vielleicht eine Wanda-Wettel ähm Redlog wo man einen Pokémon X und Y und dann die Wunder-Torch so benutzt das würde ich mir vielleicht zutrauen oder einen X und Y und generell eine Redlog weil das hier ein bisschen einfacher aber Platin finde ich ich finde Platin ist wirklich eins der schwersten Spiele muss ich sagen, also Platin ist für mich wirklich schwer mit Hardgold und South-Silver Obwohl ich sagen muss, dass Platin noch ein Stückchen ähm schwieriger ist wenn du beim Champ keine Eisattacke hast, dann bist du wirklich am Ende bei Hardgold und South-Silver und ich werde bestimmt auch einen Eispuck nun hier mit reinnehmen, weil ich Campbook auf Synthias Knackrack habe, das mich dann da wegfegt so, weil ich muss zugeben dass wo ich das erste Mal Platin durchgespielt habe muss ich wirklich 10 Mal die Liga machen, um sie zu schaffen ich weiß, weil ich so nutfällig bin also, das muss ich wirklich, 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 wirklich zugeben dass ich so dumm dabei war ja Ich würde mich verarschen, Kira du machst dich nicht, du machst mich so wenig Schaden Komm Wachstum 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 Mich würde mal interessieren, wie das, ey, ähm, wann kam Wachstum dazu, na, in der zweiten Generation? Ich hab jetzt in der zweiten Generation dazu die Attacke. Ich weiß, dass das gar nicht klappt, oder gab es in der ersten schon? Weiß ich nicht, weil mich würde mal interessieren, wie das im Anime aussieht, wenn da einfach mal so einer, wenn da einfach mal so einer wächst, so ein Pokémon. Alter, ich trau's aus, Junge. Ich hab doch ein bisschen Angst um Kira. Oh, da ist ja schon der zweite Krit. Hat das hier irgendwie eine Fähigkeit, die es kritten lässt? Oder warum? Alter. Funkierer Flagge 9. Wollten Provence Mega sogar hat. Jaja. Gut. Komm. 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 Ein Pokémon. Dann macht die Trainerin. Oh Mann. Superstar. Ich muss weinen. Hi. Oh Mann. Oh, ich hab gar nicht erzählt, warum Superstar was gestorben ist. Upsie. Ja. Ich kann mal was jetzt. Also, ich kann's erzählen. Da kam so ein fettes Bidiza. Hat erstmal Heuler gemacht. Ja, ganz okay. Ich hab ja weiter den Überblick gemacht. Ähm, dann... Dann hab ich, äh, nichts von wie er den Überblick gemacht. Dann hat's Teckel gemacht. Ja. Hab mir gedacht, also ich war noch so im Bereich, dass ich wusste, ich überlebe. Und ich werde es auf jeden Fall noch hundert Prober leben. Dann mach ich wieder den Überblick. Und dann auf einmal... BAMS! Na? Kritz. Das... Weil ich hätt... Oh, na, Abra! Oh, ich hätt... Oh, ich hätt... Ich hätt da einfach... Ich hätt da einfach mal in die S nehmen können und die auf den Fenster schmeißen. Kann man ja nicht Abra bekommen? Oh, ich glaub ja. Boah, wenn nicht ein Sim... Oh, ein Simsaler. Boah, ein Simsaler. Boah, ein Simsaler. Boah, ein Simsaler. Ach, danke Kira, jetzt mach so'n Crit. Bin ja, bin stolz auf dich, dass du wenigstens Crit machen kannst. Hier kann man jetzt nix. Oh, hier... Oh, hier. Oh, wenn ich mit einem Simsaler hätt... Oh, um Simsaler! Oh, um Simsaler! Oh, um Simsaler! Oh, heul Knospi. in der Nähe der Schlammer von einem Synthalati zu haben, dann wäre die dann wäre eigentlich die dritte Arena kein großes Problem und die vierte die dritte und die vierte wären kein großes Problem und die vierte ist recht nicht, wenn wir ein Nebulak bekommen aber es ist ja noch ein bisschen ich kann auch, also ich kann schon mal was sagen wenn wir bei der zweiten Arena nicht sterben, dann auf jeden Fall bei der dritten weil die dritte ist hier einfach so extrem scheiße und da Ralleli, das kann auch DuBone machen dann werde ich auch mit dem Part aufhören aber ich will hier ein Pokémon haben wenn ich ein Adra kriegen würde und du kriegst Krippes natürlich auch wenn ich ein männliches Adra kriegen würde dann würde ich auch schon nach was ich das benennen würde Annette Hallo Annette, wie geht's dir? gib mir bitte ein Pokémon, bitte, ich verliere dich an ich brauch Pokémon, ich hab nur zwei das andere ist verreckt na gut das war eh nicht so wichtig ein Pokémon guck ich noch dann suche ich im nächsten Part weiter so, einfach und dann suche ich im nächsten Part weiter Hallo Vanessa schön dich zu sehen also ja gut, dann würde ich sagen, das war für diesen Part mal wieder etwas länger und oh, aus dem Gras raus ähm wir werden im nächsten Part gucken ob wir es nach Ärzten schaffen was ich hoffe wir werden hier noch ein bisschen die Trainer verfetzen, mal gucken, ob wir ein drittes Pokémon hier auf der Route fangen können auf jeden Fall dann in der Höhle da hinten und ja, mal ein bisschen gucken dann würde ich sagen äh ne, dann verabschiede mich und sage tschüss tschau